In einer Phase, wo es, denke ich, für beide Mannschaften durchaus positiv läuft, die Schalke zurück in der Spur, in der Champions League mit der großen Chance, ins Viertelfinale zu kommen, wir bereits mit der Qualifikation fürs Viertelfinale, finde ich, sollte es leicht fallen, sich aufs Sportliche zu konzentrieren. Sie haben Luis Holtby abgegeben, der wirklich Qualität hat und können jetzt offensichtlich spielen mit Verfahren, Traxler, Baslos und Hünteler. Das ist nicht so schlecht. Wir wollen nächstes Jahr Champions League spielen und darum geht es jetzt, dass wir einfach für dieses Ziel Punkte sammeln ohne Ende. Das ist der unschöne Teil an einem fantastischen Event, muss man ganz klar sagen. Kein Mensch, jeder freut sich aufs Derby und kein Mensch ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber eine minimale Anzahl an Leuten haben an diesem Tag Lust, sich auf den Kopf zu hauen. Ich habe noch nicht genau nachgefragt, je später ich nachfrage, desto später kriege ich eine schlechte Antwort. Wir machen heute sowieso wenig bis gar nichts. Wir werden heute erweiterte Regeneration machen, da ist es nicht wichtig, ob Manni mit trainieren könnte oder auch Sebastian. Nuri konnte sich je davon überzeugen. Leichtigkeit kehrt zurück, Frische kehrt zurück, Selbstvertrauen kehrt zurück, alles ist wieder auf dem richtigen Weg und natürlich ist es dann auch eine Option. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Micha Zorc, dass er mich da im Unklaren lässt. Das ist der Verein Edin Dzeko verpflichtet, ohne mich darüber zu informieren, finde ich ein bisschen schade, aber gut. Ne, da ist leider nichts dran. Das ist der Verein. Untertitelung. BR 2018